Richard David Precht Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Kapitel 7 Omikron CT3 Mr. Spock liebt Was sind Gefühle? Das Jahr 2267 Sternzeit 3417,3 Die USS Enterprise ist unterwegs in neuer Mission. Omikron CT3 bereitet viel Grund zur Sorge. Eine intensive Bertholdstrahlung aus dem All löscht alles animalische Leben auf dem Planeten aus und die Enterprise soll nach dem Verbleib der dort ansässigen Kolonisten fahnden. Doch es gibt kaum Anlass zur Hoffnung. Seit drei Jahren ist Omikron CT3 der Strahlung ausgesetzt. Zu lange, als dass noch jemand hätte überleben können. Als Captain Kirk mit einem Landetrupp auf dem Planeten hinunterbeamt, stellt sich heraus, dass alle Kolonisten überraschend lebendig und kerngesund sind. Die Sporen einer rätselhaften Pflanze ließen die Menschen in der Strahlung überleben. Doch nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit ist erhöht, auch das Wertesystem der Kolonisten hat sich unter der Wirkung der Sporen verändert. Wer auch immer die Sporen einatmet, wird schlagartig von einer großen Friedfertigkeit beseelt, verbunden mit dem Wunsch, den Planeten nie mehr zu verlassen. In diesem galaktischen Shangri-La verwandelt sich selbst der gefühlskalte Vulkanier Mr. Spock. Gefühle übernehmen die Herrschaft in seinem Gehirn, das bislang ausschließlich zu rationalen Überlegungen fähig war. Spock verfällt der Liebe zu einer jungen Kolonistin, aus dem hoffnungslosen Rationalisten wird ein hoffnungsvoller Romantiker. Die ganze Enterprise-Besatzung ergibt sich schließlich ihren Gefühlen und Captain Kirk kämpft einen einsamen Kampf gegen die Gefühlsanziehung des Planeten. Die Pflicht ruft, aber die Besatzungsmitglieder wollen nicht zurück auf ihren Posten. Kirk erkennt, wie die Wirkung der Sporen neutralisiert werden kann, durch einen erhöhten Adrenalinspiegel. Er lockt Spock unter einem Vorwand zurück ins Raumschiff. Mit viel Mühe provoziert er bei dem Vulkanier einen Wutanfall. Der Adrenalinspiegel steigt und Spock kehrt auf den vernünftigen Boden der Realität zurück. Kirk und Spock ersinnen eine Methode, um die Wirkung der Sporen zu bekämpfen. Sie senden starke Schallwellen hinunter auf den Planeten und treiben damit die noch verbleibende, glücklich lustwandelnde Crew der Enterprise zu Wutausbrüchen. Die Therapie gelingt und alle können wieder nüchtern und geheilt durchs All fliegen. Die kleine, feine Geschichte entstammt der ersten Staffel der TOS-Serie von Raumschiff Enterprise und wurde 1967 gedreht. Erst 1988 kam sie ins deutsche Fernsehen. Ihr philosophischer, englischer Titel, This Side of Paradise, wurde übersetzt mit falsche Paradiese. Doch nicht nur der Titel verrät, dass hier Philosophen am Werk waren. Zunächst einmal ist Mr. Spock geradezu ein Ideal, eine Lieblingsfigur für alle Vernunftapostel seit Descartes. Denn genauso wie den gefühlskalten Vulkanier haben sich Philosophen wie Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, Immanuel Kant oder Johann Gottlieb Fichte den Menschen vorgestellt oder zumindest gewünscht. Und auch die Geschichte von der Vertreibung aus dem Wolkenkuckungsheim ist ein schönes aufklärerisches Lehrstück. Gebt euch nicht den Gefühlen hin, den duseligen Illusionen von Frieden, Liebe und Glück. Denn all dies ist nur Verblendung. Im wahren Leben aber hat jeder vernünftig, auf seinem Posten zu stehen. Es besteht aus Auftrag und Pflicht. Wenn man genauer hinsieht, dürfte einen allerdings so mancher Zweifel beschleichen. Denn wie glaubwürdig ist die Figur des Mr. Spock eigentlich? Im Gegensatz zu irdischen Menschen bringen Vulkanier keine Gefühle zum Ausdruck und sie können auch nicht von Gefühlen überwältigt werden. Doch zumindest Anlagen dazu müssen unzweifelhaft vorhanden sein. Wenn Spock unter dem Einfluss von Sporen liebesfähig wird, muss er alle Voraussetzungen zur Liebesfähigkeit mitbringen. Ansonsten könnten sie nicht aktiviert werden. Aber auch für alle anderen Enterprise-Folgen gilt, Spock zeigt immer wieder Gefühle. Sein überwiegender Gefühlszustand ist ein ausgeprägtes Pflicht- und Verantwortungsgefühl. Der Vulkanier ist loyal und hilfsbereit. Und um Konfliktsituationen abwägen zu können, muss er wissen, was im Zweifelsfall mehr wert ist. Er muss Menschenleben gegen Risiken abwägen, Befehle gegen Schicksale. Alle diese Überlegungen geschehen auf der Grundlage von Werten. Und moralische Werte sind niemals gefühlsneutral, worauf wir später noch zurückkommen. Mit anderen Worten, Spock ist vielleicht in seiner Mimik und Gestik oft etwas seltsam, aber er ist ein Mensch wie du und ich. Und er beweist, was zu widerlegen er offensichtlich erfunden wurde. Ein menschliches oder menschenähnliches Wesen, das keine Gefühle hat, ist undenkbar. Der Grund dafür ist ganz einfach. Gefühl und Verstand bilden keinen Gegensatz. Sie spielen nicht gegeneinander, sondern sie spielen miteinander, bei allem, was wir tun. Sie sind Partner bei der Arbeit des Geistes, mal zuverlässig und manchmal auch heillos miteinander zerstritten, aber sie können nicht voneinander lassen. Im Zweifelsfall kommt noch das Gefühl ohne allzu viel Verstand aus. Aber ohne das Gefühl hat der Verstand ein Problem, denn erst die Gefühle sagen dem Denken, wohin der Hase laufen soll. Ohne emotionalen Anschub keine Gedankenbewegung und ohne Pflichtgefühl auch kein strategisch denkender Mr. Spock. Gefühle sind der Klebstoff, der uns zusammenhält. Sie sind also alles andere als überflüssig. Sie sind auch nicht per se schädlich, lästig, primitiv oder halten vom Eigentlichen und Wesentlichen ab, wie viele Philosophen sich und anderen haben einreden wollen. Natürlich können Gefühle einem auf den Geist gehen. Zu starke Gefühle hindern leicht am Denken. Wenn ich mich stark angegriffen fühle, fallen mir oft keine akuten Argumente ein. Sie kommen mir später in den Sinn, wenn ich mich beruhigt habe und sie mir nichts mehr nützen. Wenn ich in der Schule meine große Liebe angeschmachtet habe, fiel mir gar nichts anderes mehr ein und gewiss ging mir kein Latein in den Kopf. Aber selbst wenn wir sie uns oft fortwünschen, ein Leben ohne Gefühle wäre eine Katastrophe. Es ist besser, von Freude ergriffen, vom Zorn gepackt und von Eifersucht geschüttelt zu werden, als alle diese verhexenden Elixiere unseres Daseins nicht zu kosten. Denn ohne Emotionen stehen wir sehr, sehr dumm da. Menschen ohne Gefühle wären fürchterlich bedauernswerte Wesen. Sie wären komplett unfähig zu handeln und wüssten gar nicht, was sie denken sollen. Ihre Neuronen hätten keinen Motor mehr und keinen Sprit. Selbst die Entscheidung, ganz vernünftig sein zu wollen und nicht auf seine Gefühle zu hören, ist eine Gefühlsentscheidung. Gedanken sind immer emotional gefärbt. So haben wir lustige Einfälle, beklemmende Vorstellungen, niederschmetternde Einsichten, befremdliche Gedanken, romantische Ideen und nüchterne Konzepte. Doch was sind Gefühle? Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Und was machen sie in der Zwischenzeit? Seit der Antike grübeln Philosophen über diese Fragen, auch wenn man zugeben muss, dass Gefühle nicht ihr erklärtes Lieblingsthema sind. Den Gefühlen nämlich ist auf dem Wege des Nachdenkens nur sehr schwer beizukommen. Und viele Philosophen verfahren gerne nach dem Prinzip, nur das zu fischen zu erklären, was sie mit ihren Netzen auch fangen können. Was durchs Gedankenraster fällt, wird entweder gar nicht diskutiert, oder es wird abgewertet. Gleichwohl haben sich schon die alten Griechen und Römer tapfer mit den Gefühlen herumgeschlagen. Ihre Worte für das Gefühl waren Pathos und Passio, was sinngemäß so etwas bedeutet wie Leidenschaft, weil Gefühle eben auch Leiden schaffen. Das Wort Emotion klingt etwas neutraler, aber es kommt von dem lateinischen Wort movere, bewegen, und verweist also ebenfalls darauf, dass Gefühle etwas sind, was einen Menschen bewegt. Das deutsche Wort Gefühl kommt erst im 17. Jahrhundert auf als Übersetzung des französischen Sentiment. Hier werden komplexes Empfinden und einfache Erregungen übrigens meist sehr sauber getrennt in Sentiment und Succession. Gefühle sind also zunächst einmal körperliche Erregungen. Und die sind sehr sinnvoll. Im Extremfall nämlich dienen Emotionen schlichtweg unserem Überleben. So zum Beispiel das Gefühl von Angst. Fluchtreflexe sind im normalen Primatenleben unverzichtbar und sie haben überdauert. Das Gleiche gilt sowohl für stammesgeschichtlich alte wie etwas neuere Emotionen. Sie alle dienen dem Überleben sowie der Anpassung an die Umwelt und an andere Gruppenmitglieder. Man muss sich nur einen Menschen vorstellen, dem eines der grundlegenden Gefühle fehlt. Wer keine Angst empfindet, geht ein sehr hohes Risiko ein, früh zu sterben. Wer keinen Ekel empfindet, kann sich leichter vergiften oder mit Krankheiten anstecken. Wer keine Zuneigung empfindet, isoliert sich in der Gemeinschaft und wer kein Mitleid kennt, weckt bei anderen Argwohn und Befremden. Leidenschaften, Triebe, Instinkte und Affekte haben also eine große biologische Bedeutung. Sie dienen dem Überleben des einzelnen Menschen und dem Zusammenhalt der Gruppe. Ob es sich dabei um Hunger, Schlaf- und Wärmebedürfnis, um Flucht, Angriff oder Sex handelt, stets geht es bei allen elementaren Gefühlen immer nur um zwei Dinge. Entweder erstrebe ich etwas oder ich versuche, etwas zu vermeiden. Und das gilt nicht nur für Äußerlichkeiten. Einerseits helfen Emotionen, auf einen äußeren Anreiz entsprechend reagieren zu können und andererseits sorgen sie dafür, meinen inneren Zustand zu regulieren. Wenn das Gefühlspendel stark ausschlägt, gibt es fast immer die Gegenbewegung, um den Gefühlshaushalt wieder auszugleichen. Kaum jemand schafft es, eine Woche lang von morgens bis abends wütend zu sein oder sexuell erregt. Und auch die größte Trauer und das stärkste Liebeskummer sind nach Monaten nicht mehr genau so intensiv wie am ersten Tag. Das Ärgerliche für viele Menschen an den Gefühlen ist, dass sie so schwer abzustellen oder herbeizurufen sind. Wie oft wünscht sich mancher als leidenschaftslos berüchtigte Mensch spontaner und impulsiver sein zu können? Und wie viele leicht erregbare Menschen wünschten sich, sie wären cooler und gelassener? Es ist nicht leicht, die Gefühle zu kontrollieren. So sehr kontrollieren sie uns. Genau genommen, kontrollieren sie uns nicht nur. So wie wir nicht mit unserem Gehirn denken, als wäre dies ein Hilfsmittel, sondern wir selbst ein Gehirnzustand sind, so gilt auch hier, in gewissem Sinne sind wir unsere Gefühle. Aber in welchem? Philosophen können diese Frage kaum beantworten. Kein Wunder, dass sich in den letzten Jahren vor allem die Hirnforschung dieses Themas angenommen hat. Seit Kernspintomografen und Computermonitore es ermöglichen, Erregungszustände im Gehirn sichtbar zu machen und zu beobachten, ist Emotionsforschung der große Renner unter den Neurobiologen. Dabei haben sie sich angewöhnt, zwischen Emotionen und Gefühlen zu unterscheiden. Ähnlich wie die Franzosen, wenn sie von Sensession und Sentiment sprechen. Unter Emotionen verstehen die Hirnforscher das komplexe Zusammenspiel von chemischen und neuronalen Reaktionen. Sie bilden bestimmte Muster und sehen bei Menschen und Tieren oft sehr ähnlich aus. Emotionen sind ziemlich Stereotype und automatische Vorgänge. Gefühle dagegen sind eine viel kompliziertere Sache, bei der immer eine ordentliche Portion Bewusstsein mit ins Spiel kommt. Gefühle kann man zum Beispiel verstecken. Man kann versuchen, sie sich nicht anmerken zu lassen. Bei Emotionen geht das schlecht, weil ich keinen kontrollierenden Einfluss auf sie ausübe. Gefühle sind eine spezielle Mixtur aus Emotionen und Vorstellungen. Sie haben etwas sehr Persönliches und finden quasi im inneren, privaten Raum statt. Mit den Eidechsen, Elstern und Fledermäusen teilen wir Hunger und Fluchtreflexe. Aber unseren Liebeskummer, unsere Nostalgie und unsere Schwermut eher nicht. Lange vor den Hirnforschern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich die damals neu entstandene Psychologie um die von den Philosophen so arg vernachlässigten Gefühle gekümmert und damit begonnen, sie systematisch zu erforschen. Und sie hat getan, was Psychologen sehr gerne tun, Kataloge aufstellen. Die entscheidende Frage war, welche Emotionen gibt es? Und wie viele sind es insgesamt? Denn bei Emotionen gibt es ohne Zweifel ein festes Set, ein Grundrepertoire, das allen Menschen in allen Kulturen der Welt gemeinsam ist. Und es sind erstaunlich wenige, denn man kann kaum neue entwickeln oder erfinden. Trotzdem wurden sich die Psychologen nicht einig. Um die Jahrhundertwende fand Wilhelm Bund drei zentrale Gegensatzpaare. Lust, Unlust, Erregung, Hemmung und Spannung, Lösung. Die Frage allerdings war, ob sich diese Paare nicht oft hemmungslos durchkreuzten. Kann man zwischen Lust und Erregung immer unterscheiden? Spätere Psychologen entwickelten Lieberlisten mit grundlegenden Emotionen als Paare. In den 20er Jahren entstand eine Zwölferliste. Glück, Trauer, Wut, Angst, Ekel, Dankbarkeit, Scham, Liebe, Stolz, Mitleid, Hass, Schreck. Und in den letzten Jahren machte sich der amerikanische Anthropologe und Psychologe Paul Ekman von der University of California in San Francisco für eine 15er-Liste stark. Er ergänzte Verachtung, Zufriedenheit, Erleichterung, Schuldgefühl und ließ die Trauer als ein zu komplexes Gefühl weg. Man kann dieses Spiel auf verschiedene Weise fortsetzen, aber man sollte ihm vielleicht nicht allzu viel Bedeutung beimessen, denn alle diese Emotionen leiden unter ihrer Übersetzung in Sprache. Nicht jede Sprache hat die genau gleichen Ausdrucksmittel und ein Chinese oder ein Maasai würden möglicherweise andere Listen zusammenstellen, obwohl sie von den gleichen grundlegenden Emotionen bestimmt werden, wie Mr. Ekman. Auch Hirnforscher haben diese Übersetzungsprobleme, wenn sie Emotionen und Gefühle deuten und beschreiben. Was ihnen dagegen leichter fällt, ist die Fahndung nach chemischen Stoffen, die unsere Emotionen auslösen. Besonders wichtig sind hier die Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, die Informationen von einer Nervenzelle zu anderen weitergeben. Im Fall von Emotionen sind es Transmitter, die für Erregung sorgen, und zwar vor allem Acetylcholin, Dopamin, Serotonin und Noradrenalin. Alle diese Botenstoffe haben erstaunliche und zum Teil noch nicht völlig erforschte Fähigkeiten. Acetylcholin ist so etwas wie der Sportler und Trainer unter den Transmittern. Es vermittelt die Erregungen zwischen Nerven und Muskeln und stimuliert zum Beispiel auch die Schweißdrüsen. Es kann aber noch viel mehr. Denn offensichtlich ist es an Lernvorgängen beteiligt und steht somit auch in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Alzheimer-Krankheit, bei der das Acetylcholin dramatisch schwindet. Dopamin ist ein Einpeitscher und Motivator. Es spielt eine große Rolle bei der Durchblutung und reguliert zudem den Hormonhaushalt. Ein sehr niedriger Blutdruck lässt sich mit Dopamin aufpeppen. Und was die Hormone angeht, steht der Botenstoff in engem Zusammenhang mit Psychosen und anderen Störungen. So etwa wird angenommen, dass für Schizophrenie ein übermäßig hoher Dopaminspiegel verantwortlich ist. Serotonin ist ein Diplomat und Vermittler. Es wirkt im Blutkreislauf und reguliert den Blutdruck. In Lunge und Niere wirkt Serotonin Gefäß verengend, in der Skelettmuskulatur dagegen Gefäß erweiternd. Der Botenstoff reguliert zudem den Schlaf- und Wachrhythmus und sorgt für Ausgleich bei Stress. Gerät der Serotonin Haushalt durcheinander hat dies schöne und weniger schöne Folgen. So etwa glaubt man bei Verliebten einen erhöhten Serotonin Spiegel festzustellen, der Wohlbefinden und Zufriedenheit vermittelt. Fehlfunktionen bei Serotonin dagegen führen zum Beispiel zu Migräne. Nur Adrenalin ist ein Rennfahrer und Beschleuniger. Es wirkt vorwiegend in den Arterien und wie Dopamin steigert es den Blutdruck. In der Intensivmedizin nutzt man es als Mittel gegen Schocks und zur Blutbeschleunigung bei lähmenden Vergiftungen. Alle vier Botenstoffe finden sich vielfach im limbischen System. Auch wenn sich ihr Einsatz nicht darauf beschränkt, die drei Großbausteine des Systems, das zentrale Höhlengrau, der Hypothalamus und die Amygdala sind Zentren für angeborene Affektive, Zustände und Verhaltensweisen. Das zentrale Höhlengrau beispielsweise kontrolliert Aspekte unseres Sexualverhaltens, unserer Aggression und Verteidigung sowie unseres Hungergefühls. Allein verantwortlich zeichnet es offensichtlich für Schmerzschreie, für Stöhnen und für Klagen. Auch der Hypothalamus kümmert sich um Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, um unser Sexualverhalten und um Aggression und Verteidigung. Darüber hinaus ist er beim Rhythmus von Schlafen und Wachen und bei der Regulation des Kreislaufes im Einsatz. Besonders pikant für unsere Sexualität ist, dass ein Kern des Hypothalamus, der Nucleus Prae Opticus Medialis, bei Männern stärker ausgebildet ist als bei Frauen. Einer der wenigen auffälligen anatomischen Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern im Gehirn. Bezeichnenderweise spielt er eine große Rolle sowohl im Aggressionsverhalten wie bei der Sexualität, die hier eng miteinander verbunden werden. So klein sie ist, auch die Rolle der Amygdala für unseren Gefühlshaushalt kann man gar nicht überschätzen. Gegenwärtig ist sie das Lieblingsobjekt der meisten Hirnforscher, denn trotz vielfältiger Beschäftigung mit ihr ist sie noch immer ziemlich rätselhaft. Hier dummeln sich ordentliche Konzentrationen an Noradrenalin und Serotonin. Besonders hoch aber ist die Konzentration von Acetylcholin. Im Mandelkern verbirgt sich das Angst- und Furchtzentrum des Gehirns und man weiß auch, dass die Amygdala eine Rolle bei Lernvorgängen spielt, vor allem dabei, wie Emotionen etwas dazu lernen können. Denn Emotionen sind lernfähig. Was mich beim ersten Mal überrascht, überrascht mich nicht beim zehnten Mal. Alle unsere Gefühle und auch unser Denken und Handeln entstehen mit Hilfe chemischer Signalsubstanzen. Denn die Qualität aller Gefühle und Erregungen ist neurochemisch bedingt und wird neurochemisch gesteuert. Wenn Mr. Spock durch Ausschüttung von Adrenalin aus seinem Endorphin- und Serotonin-Taumel auf Omikron-CT3 gerissen wird, dann klingt das also durchaus plausibel. Nur eben muss er dafür die gleiche neurochemische Grundausstattung besitzen wie jeder normale Mensch. Und wenn er sie besitzt, so ist sie unweigerlich auch mit seinen höheren Hirnfunktionen, also seinem Denken verbunden. Es sei denn, Vulkanier verfügten über eine Dopamin- und Noradrenalinsperre. Das aber ist kaum anzunehmen, denn sie würde Spock und Co. ziemlich schlaff, träge und ziellos machen. Sind die Emotionen und Gefühle damit zureichend erklärt? Wohl kaum. Nur ein ziemlich einfältiger Hirnforscher könnte sich hier zurücklehnen und sagen, das ist es. Denn erklärt ist bislang eigentlich nur die Grammatik der Gefühle, nicht aber der Klang und die Bedeutungsvielfalt der gesprochenen Sprache. Denn so unentbehrlich sie sind, antreibende Dopamin- moleküle, ausgleichende Serotonin-Moleküle, das Spock-Molekül und aufregende Noradrenalin-Moleküle werden nicht von sich aus aktiv. Sie sind Botschafter, die auf die Reise geschickt werden müssen, von einer Nervenzelle zur anderen und von einem Zentrum des Gehirns zu einem anderen. Am Ort ihrer Bestimmung angekommen, lösen sie bestimmte Reaktionen aus. Sie hemmen, beschleunigen, motivieren oder blockieren. Kurz gesagt, Transmitter übermitteln zwar Bedeutungen und lösen bei ihrer Ankunft Bedeutungen aus, aber sie denken nicht selber. Ein komplettes Gefühl dagegen entsteht aus einem komplizierten, vielstimmigen Zusammenspiel. Beteiligt sind bestimmte Hirnregionen oder Zentren. Beteiligt sind die Sendungs- und Antworteigenschaften der Nervenzellen. Beteiligt sind die Transmitter. Beteiligt ist das komplexe Verknüpfungsmuster mit anderen Hirnstrukturen und natürlich all die Umweltreize, die über die Sinne auf das System einwirken. Warum versetzt eine bestimmte Musik den einen Menschen in ein Wohlgefühl, ein anderer aber empfindet sie als Krach? Warum lieben manche Menschen den Geschmack von Austern und andere empfinden ihn als Ekel? Und wie schaffen wir es, einen Menschen, den wir zu lieben glauben, in manchen Momenten zu hassen? Gefühle sind chemisch recht einfach zu erklären. Ihr Zustandekommen, ihr Auftauchen und Verschwinden aber ist eine schwer zu ergründende Angelegenheit. Nicht wenige Hirnforscher wünschen sich manchmal, dass die Sache etwas einfacher wir, vulkanischer. Ihr führender Repräsentant übrigens ist Dr. Pille von der Enterprise Crew. Als Spock unter dem Einfluss der Sporen ganz blumig und gefühlsbetont in den Kommunikator der Enterprise spricht, ist Pille ziemlich verwundert. Pille? Das hört sich gar nicht nach Spock an. Kirk? Du hast doch gesagt, du magst ihn lieber etwas menschlicher. Pille? Das habe ich nie gesagt. Wenn es allerdings richtig ist, dass der Klebstoff, der uns zusammenhält, nicht vulkanisch ist, sondern aus Gefühlen besteht, entscheiden dann die Gefühle nicht letztlich über alles Wesentliche an uns? Regiert uns statt des Bewusstseins das Unterbewusstsein? Und was ist das überhaupt genau, das Unterbewusstsein? Kapitel 8 Kein Herr im eigenen Haus Das ist mein Unterbewusstsein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.